Guten Abend meine Damen und Herren, dies ist ein Altsaxophon. Habe ich schon länger nicht drauf gespielt, ist aus den 40er Jahren, da ist vorne ein Frauengesicht drauf eingeritzt, deshalb wird dieses Saxophon Ladyface genannt, ein ganz kleines Gesicht, ich kann das mal zeigen, hier, guck mal, da ist es. Sie fragen sich, was das mit dem nun folgenden Film zu tun hat, den ich hier zeigen lasse, und ich muss sagen, eigentlich nicht viel, außer das in dem nun folgenden Film, Liebe Jazz und Übermut von Erik Ode, Regie, das ist der Kommissar, da spielt der Peter Alexander mit, Bibi Jones, Rudolf Platte und vor allen Dingen auch, das steht hier jetzt nicht drin, haben wie so eine schöne Band mit Paul Dahlke am Klavier, ich glaube, Billy Moe spielt Bass und Schlagzeug Günther Fitzmann, da lachst du dich kaputt. Liebe Jazz und Übermut von 1957 mit dem äußerst sympathischen Peter Alexander. Glockenzeichen 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 Untertitelung des ZDF, 2020